Los, zum Einkaufszentrum. Lade nach. Lade nach. Viel besser. Lade nach. Hier geht's zum Zentrum. Legt ihr nichts mehr durch? Lade nach. Lade nach. Sonst kommt euch. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Hier rein. Darunter. Eine Axt. Adrenalinschuss. Waffen. Adrenalinschuss. Die Tabletten kann ich gebrauchen. Die Tabletten kann ich gebrauchen. Ich brauche Hilfe. Nein. Legt eure Ärzte hier rüber. Lade nach. Ja, danke. Das geht dran. Über den Container. Aufpassen. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Aufpassen. Lade nach. Lade nach. Hey, hier ist eine Wurfbombe. Oh, damit fällt mir was ein. Ja, Baby! Hier geht's runter zum Waffenlassen. Das ist ein krankiger Mastard! Was ist denn das? Mega Scheiße! Tut weh, aber geht schon. Das ist cool. Scheiße, muss mich verärzten. Elektrofahrt! Wieso schießt ihr dauernd auf mich? Hier, Laserviziere! Hallo! Ich hab mich mit Vorräten auf dem Dach verbarrikadiert. Aber hab leider Cola vergessen. Mein Angebot! Wenn ihr aus dem Laden drücken Cola besorgt, mach ich euch den Weg zum Einkaufszentrum frei. Also holen wir dein Zeug und du führst uns zum Einkaufszentrum, okay? Aber wenn du Probleme machst, perforier ich deinen Arsch! Holt ihr die Cola und meine Hilfe ist euch sicher! Und das kleine Spende, der kommt nicht wieder! Schönen wir den Weg da brauche? Schönen wir den Weg da brauche? Ach, die Cola! Und den Weg dauernd auf mich! Das ist so ein Scheiß auf mir. Das ist so ein Scheiß auf. 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 Das ist so ein Scheiß auf.